Dienstag, 18.30 Uhr, Stadionessen, Pokal, Halbfinale, Rot-Weiß-Essen gegen die gestreiften Esel aus der hässlichen Nachbarstadt von Mülheim. Was für eine beknackte Anstoßzeit mitten in der Woche. Also wer sich das hat einfallen lassen, zieht sich auch die Buchse mit der Kneifensack an. Für alle, die mich auf dem komischen Bordsender oder MTV verfolgen können, weil sie a. nicht rechtzeitig zu Hause sind oder b. blind sind oder a. und b. nicht rechtzeitig zu Hause und blind sind, schön lecker. Kiste, Schnauder und www.radio-rwe.de und total ausrasten am Personal Computer. Kiste, Schnauze!